Regionale Nachrichten in 100 Sekunden Präsentiert von der Aargauischen Kantonellbank, Amperi-Center und der HR-Mohr Seinhof Garage in Rotrist. Grüezi miteinander aus dem Newsrund vom Sofiger Tagplatz von 100 Sekunden Kurznachrichten aus der Region im Überblick. Die letzte Ausgabe vom Jazz & Blues Festival New Orleans Meets in Sofigen ist im Jahr 2019 über die Bühne. Letztes Jahr hat das Virus eine Austragung verunmöglicht. In diesem Jahr wollte es auch um Präsident Walter Bloch unbedingt etwas auf die Beine stellen. Markenpflege ist sehr wichtig, sagt er. Das Land ist jetzt am 28. Juni ein Charity-Event mit Bands, die sich durch die Stadt bewegen und einem Publikum, das in den Aussenbereichen der Beizen und Restaurants Musik geniessen kann. Im ZD Talk hat unser Chefredaktor Philipp Fischter Walter Bloch gefragt, was sein grösster Wunsch im Hinblick auf den 28. Juni ist. Seine Antwort ist kurz und bündig. Mein grösster Wunsch geht an die Gastronomie. Liebe Gastronomen von Sofigen, zeigen, was ihr könnt. Schlaf im Stroh oder Ferien auf dem Bauernhof. Solche Angebote sollen ab 2022 auf dem Berghof in St. Urbe möglich sein. Der Kanton hat den landwirtschaftlichen Betrieb zur Verpackung und Vermietung ausgeschrieben. Sieben Projekte wurden eingegeben. Der Zuschlag hat die Bietergemeinschaft Berghof Erlebnis AG rund um den Oberaargauer Unternehmer Kurt Schär bekommen. Er wird das ehemalige Wohnheim als Bed & Breakfast mit 15 Zimmern sowie für verschiedene Anlässe im Agrotourismus nutzen. Am Wochenende fängt der Meisterschafts-Endspurt für die 2. Liga-Interklubs SC Zofigen und SC Schöftle an. Während die Schöftler den Klassenerhalt auf sicher haben, darf der SC Zofigen noch vom Aufstieg träumen. Wir haben darum beim SCC-Trainer Hans-Rudi Bierer den Puls gefüllt. Mehr zu diesem Thema und weitere News aus der Region gibt es in den druckten Ausgaben des ZC und auf www.zofigertagblatt.ch. Danke fürs Zuhören und ein schönes Wochenende. Ade miteinander.